In diesem Video geht es um die besten Stirnlampen. Der Qualitätssieger in unserem Stirnlampe-Test geht an die LED-Lenser H8R. Mit dieser Stirnlampe hat man die Hände frei für sein Projekt, sein Hobby oder den Fall der Fälle. Denn die LED-Lenser H8R passt sich mit ihrem ergonomischen Design perfekt an die Kopfform an und ist einfach intuitiv zu bedienen. So hat man stets beste Sicht und wird dank des roten Rücklichtes auch von anderen gut gesehen. Weitere Highlights Diese Stirnlampe verfügt über eine Transportsicherung und ist weltweit per USB 3.0 problemlos aufladbar praktische Features, besonders für unterwegs. Und damit man weiß, wann es wieder so weit ist, warnt die LED-Lenser H8R rechtzeitig bei niedriger Batteriespannung. Folgende Lichtfunktionen sind möglich. Power hohe Lichtleistung für jede Situation. MID-Power energiesparendes helles Licht. Low-Power sparsames Licht für lange Laufzeiten, blendfreies Lesen und Arbeiten. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die M.Liemtsche Stirnlampe. Die Stirnlampe besteht aus 8 LED-Lampen und einer roten Hintergrundbeleuchtung mit hohen 18.000 Lumen und einem Beleuchtungsbereich von 500 bis 800 Metern, damit Sie die Umgebung klar erkennen und sich von Gefahren fernhalten können. Mit den wiederaufladbaren Scheinwerfer können Sie einen zuverlässigen, freihändigen LED-Scheinwerfer verwenden, um Ihre Umgebung aufzuhellen, sodass Sie jederzeit und überall arbeiten, lesen und erkunden können. Stirnlampe kann um 90 Grad gedreht werden, sodass er sich ideal für den Innen- und Außenbereich eignet. Es ist mit einem hochwertigen Gummiband und einer Kopfschwammauflage für eine einfache Einstellung und Installation ausgestattet, die nicht verrutschen, was es für Erwachsene und Kinder bequem macht. Die Scheinwerfer-Taschenlampe ist gemäß IPX4 wasserdicht. Der hochwertige Batteriekasten ist mehr versiegelt. Beste Haupttaschenlampe zum Nachtwandern und Wandern. Scheinwerfer für Jagd, Camping und Angeln. Freisprech-LED-Taschenlampe für Arbeiten am Auto. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Stirnlampe-Test ist die VINZWON Stirnlampe. Der LED-Stirnlampen kann per USB-Kabel aufgeladen werden. Mit nur 2,5 Stunden Ladezeit liefert der Scheinwerfer bis zu 4 bis 20 Stunden konstantes Licht. USB-Kabel im Lieferumfang enthalten, müssen Sie nie eine Batterie kaufen. Halten Sie den Schalter links 5 Sekunden lang gedrückt, bis das blaue Licht aufleuchtet, um den Sensormodus einzuschalten, der Sie freihändig macht. Und Sie können es steuern, indem Sie Ihre Hände innerhalb von 10 cm bewegen. Der Scheinwerfer verfügt über 5 Beleuchtungsmodi. Das Kopfband ist bequem und einfach einzustellen. Der maximale Abstrahlwinkel des Scheinwerfers kann bis zu 60 Grad betragen, um gefährliche Verletzungen zu vermeiden. IPX 5 Wasserdicht-Klasse gewährleistet, dass die LED-Scheinwerfer in den meisten Outdoor-Aktivitäten verwendet werden kann. Der LED-Kopflampen ist kompakt, leicht nur 74 Gramm, kann in Ihre Tasche, Handtasche oder Werkzeugkiste gesteckt werden. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.